Beim nächsten Ton ist es Führendüsse mit Dirk und Klaus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Führendüsse Folge 73. Das ist auch unser gefühltes Alter in Jahren. Ja, aber jeder. Jeder für sich ja. Nicht, dass das hier falsch verstanden wird und wir beide zusammen 73 sind. Keine Hundejahre. Ja. Lehrjahre sind keine Hundejahre, wie schon Goethe sagte. In einem seiner berühmtesten Werke. Ich glaube, das erste Mal habe ich das bei Werner gehört. Also Brösel. Ja, erzähl. Du Gedenkpanzer. Klaus ist frisch zurück aus dem Denkpanzer, aus dem Denkbecken. Was passiert denn da genau? Worüber wird da nachgedacht? Und wieso wird überhaupt nachgedacht? Und wer finanziert euer Nachdenken? Und warum? Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und über was denkt ihr nach? Am geilsten war ja die Art und Weise. Also das Gerücht, der sagt, nö. Also wir waren in so einem Coworking-Space-Raum. So ein bisschen schwer zu sagen. Das ist halt kein klassischer Coworking-Space, wo du halt einen Büroschreibtisch mietest. Du kannst aber diese ganze, das ist so eine riesen Luxuswohnung in Charlottenburg. Ich würde jetzt mal schätzen 300 Quadratmeter plus minus. Und die kannst du mieten für Events, für deine Firmengatherings oder wie auch immer. Wenn du halt mit deiner Firma einen Workshop machen willst, in einem abgeschlossenen Raum, in einem schön eingerichteten Raum, mit angeschlossener Küche. Woher warst du denn das, wenn die da nicht war hat? Doch, da waren wir. Achso, da ist das passiert. Da wurden wir untergebracht, genau. Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Also relativ großzügig. Jetzt muss ich dazu sagen, alle Leute, die sonst mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusammengearbeitet haben, haben gesagt, normalerweise musst du da einen Euro auf den Tisch legen, wenn du einen Kaffee willst. Aber gut, einen Euro ist ja günstiger als Milch, oder? Wie viel kostet ein Liter Milch? 10 Euro? Ja, aber du trinkst ja in der Regel keinen Liter Kaffee da am Sitzungstisch. Aber ja, also erstaunlich generös, auch was die Aufwandsentschädigung angeht. Und halt, am Mittwoch waren wir in einem Restaurantessen, wo ich glaube, also jeder hat drei Gänge gehabt. Ich habe dann aufs Dessert verzichtet, aber mit drei Gängen warst du da halt bei 50 Euro. Aber gut, das sind ja auch Steuergelder. Da kann man ja auch einfach mal raushauen. Und halt, also 40 Workshop-Teilnehmer plus ein paar andere Leute, 50 Euro. Aber du bist nicht Teilnehmer, sondern du bist eingeladen, um dort beim Denken zu helfen. Genau, das war, es ging um die Zukunft der digitalen Arbeit und wie wir über Plattformen weiterarbeiten können. Ich habe halt so Plattformen, für die ich arbeite, verstanden, wo du Texte schreibst, wo du teilweise Übersetzungsleistungen machst. Also du solltest eher so aus deinem Alltag quasi referieren, dass du sagst, wie dumm es manchmal läuft, oder solltest du? Nee, es ging um Lösungen, es ging um Lösungen für konkrete Probleme. Ja gut, aber weil du halt einfach den Erfahrungsschatz hast. Deswegen war ich eingeladen, den Erfahrungsschatz, ich weiß nicht, inwieweit das mit reingespielt hat, weil ich halt auch Geisteswissenschaftler bin. Also den Standpunkt auch dazu haben, weil wir halt viele Leute aus der Wirtschaft, viele. Du bist Geisteswissenschaftler. Ich habe Filmwissenschaft und Englische Literatur studiert. Ja. Das fällt in die Geisteswissenschaften. Ich dachte, du warst in der Lampe hauptsächlich während der Zeit. Geisterwissenschaftler zuhören. Achso. Ja, und das macht halt schon was aus, weil du hast ein paar Leute aus der Wirtschaft, die halt Unternehmen leiten, die da in den Plattformen arbeiten. Wo du dann regelmäßig sagst, nein, so geht das nicht. Die haben teilweise noch ein sehr anderes Modell. Also ich weiß nicht, ob da A die richtigen eingeladen waren oder die, die es eigentlich betreffe, nicht gekommen sind. Es geht ja um Firmen wie Uber oder so. Cool. Also ja, das Problem bei Uber ist halt, dass die Fahrräder selbstständig sind, obwohl sie halt de facto nicht selbstständig sind. So wie die Fahrräder. Sag mal, was ist denn das überhaupt? Wieso? Du weißt das doch bestimmt. Was ist das für ein interessantes Modell von irgendwelchen Firmen, die Millionen oder Milliarden haben, sich halt irgendwie so einen Satz von 10.000 Fahrrädern zu holen, die in einer Stadt auszubreiten, nur miese zu machen und nach zwei Jahren sagen, okay, also da gibt es doch irgendwelche steuerlichen Vorteile, irgendwas, was die rausziehen. Das ist doch jetzt nicht irgendwie so interessant für Firmen, laufen Fahrräder auf den Hof zu schmeißen. Also diese Uberscheiß. Da gibt es verschiedene Theorien. Aber es ist schon irgendwie, dass man das Gefühl hat, das ist kriminell, oder? Modell 1, ja. Ja, ich bin sowieso der Ansicht, dass da viele Betrugsmodelle dabei sind. Also, weil das ist voll Wahnsinn. Oder halt Pyramid-Schemes. Modell 1 ist, wenn alle Leute das ständig nutzen, dann kann das rentabel werden. Das heißt, die Frage ist, wo ist die Schwelle erreicht? Also, wenn du für Spotify, wird ja das Angebot an Musik, was sie haben, nicht teurer, egal ob 100 Millionen User für den Service bezahlen, wie jetzt, oder eine Milliarde. Im Gegensatz zu Netflix. Ja, das wird ja immer teurer. Also, ja, genau, ja, weil Netflix die Preise anpasst, weil Netflix halt ein bisschen auf den Profit angewiesen ist. Ja, und weil die halt immer mal Eigenproduktion fahren, ne? Ja, genau, genau, um halt mehr Kunden zu generieren. Spotify hingegen ist nicht profitabel, kann ich an der Stelle nochmal sagen, weil ich es recherchiert habe. Wer steht dahinter? Es ist noch ein schwedisches Unternehmen. ABC, Google? Nee, nein, es ist von einem schweden Grund, es ist noch eine eigene Hand. Aber das wirft halt eine andere interessante Frage auf, ethisch, moralisch. Jetzt sagst du, okay, Spotify ist nicht profitabel, zahlt den Musikern kaum Geld, hat aber ein Finanzierungsmodell. Die Frage ist, ob das halt so sinnvoll ist, dass du für, ich glaube, sieben Euro kostet, oder sieben bis neun Euro kostet die, oder sieben bis zehn Euro kostet die Mitgliedschaft im Monat. Das ist also offensichtlich kein tragfähiges Geschäftsmodell, das zu machen. So, dann verschwindet Spotify oder Spotify zieht den Preis an, was im Gegenzug auch bedeutet, du überlässt den Markt dann Google, Amazon und Apple, die halt alle drei einen Streaming-Service haben. Und denen ist es halt egal, ob der Streaming-Service profitabel ist. Ja, also Amazon Music, das ist ja auch nur so ein Anhängsel, weil jeder Prime-Kunde hat das automatisch. Ja, das ist denen halt scheißegal. Also, denen ist es halt auch egal, ob Prime profitabel ist. Ja. Denen ist auch egal, ob der Bücher-Service profitabel ist, denen ist auch egal, ob der Lieferservice profitabel ist, weil ihr Geld macht Amazon mit Servern. Ja, ja. Also, genau, Amazon Cloud-Service, AWS, da ist das große Geld drin. Ja, 90 Prozent. Ja, Apple macht das meiste Geld aus dem iPhone, denen ist es auch egal, ob der Streaming-Service jetzt profitabel ist oder nicht. Das Einzige, was noch dazuläuft bei Amazon, ist, glaube ich, weil die halt permanent alle Konkurrenz verdrängen auch. Ja, aber genau mit dem Modell halt, dass du sagst, du hast einen sehr profitablen Service, das machen sie in den USA nämlich gerade mit Supermarktketten. Amazon liefert Essen und Amazon ist egal, ob die da eine Profitmarge haben oder nicht. Ja. Also, das ist denen halt vollkommen egal. Warum hat denn keine Fahrräder hier rumstehen? Ja. Aber jetzt erzähl mal, wie schweißt du so langsam ab? Was ist mit diesen scheiß Fahrraddingern, dass jeder sich Fahrräder draus schmeißt? Genau, also das ist ein Modell, dass es irgendwann mal profitabel wird. Das andere Modell ist einfach. Ja, aber das wird doch nicht jeder permanent nutzen. Ja, die Frage ist halt, wo die Schwelle ist. Also, so. Aber ich glaube auch, das ist kein Modell, was jemals profitabel ist. Das heißt, da würde der Markt halt bei Serviceanbietern wie der Deutschen Bahn liegen, die ja mit Lidl auch ein ähnliches Kooperationsangebot haben. Ja, aber es kann immer mehr. Wo du halt sagst, okay, das wird überbrückt so. Die andere Sache ist, sind die Fahrräder nun da, um Daten zu sammeln? Also, wer wann sich wohin bewegt? Sammelst du mit den Fahrrädern eigentlich nur Verkehrsdaten und das Unternehmen, das die sammelt, weiß selber noch nicht so richtig, was sie damit anfangen können. Aber du hast halt, na klar, es gibt halt ein paar Ideen. Du weißt halt, okay, wann ist der Berufsverkehr? Wann überbrücken die Leute wie viele Kilometer? Wie viele Leute pendeln eigentlich? Werden also attraktive Kunden für ein günstiges Fahrrad? Etc. Also, du hast halt da ein paar Ansätze, die auf der Hand liegen. Beziehungsweise verkaufst du es dann großen, wie zum Beispiel Amazon. Und die wissen ganz genau, wann die Pausen sind, wann die Leute halt einfach nicht kaufen können. Wo sind Touristen, wo gehen Touristen hin? Wie markentreu sind Leute bei so einer Sharing-App? Etc. Also, du hast halt einfach einen Riesensatz an Daten, was das angeht. Das klingt schon sehr logisch. Ja, genau. Sind die Fahrräder halt nur dafür da? Ja, also ich meine, weil das ist halt entweder behältst du sie selber und nutzt sie halt selber halt irgendwie, um, keine Ahnung, weiterhin zu verkaufen irgendwas. Oder du bist halt gleichzeitig Anbieter. Und das ist, glaube ich, für Großkunden auch interessant, wenn du halt einfach massiv an Daten hast. Und sagst du von wegen, hier bewegen sich die Leute. Hier kriegen sie eure Werbung nicht, weil die gerade unterwegs sind. Und das halt regelmäßig. Und das halt da konzentriert in diesen Bereichen, bla bla. Und ja, also das klingt irgendwie logisch. Und das ist halt das andere Modell. Das nicht so schöne. Also ich meine, schön ist das andere auch nicht, aber... Ja, aber das klingt doch tausendmal logisch. Aber na klar, ich meine, das sind halt so Bewegungen von so Plattformen. Aber es gibt jetzt keine, also ich meine, klar gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche steuerlichen Vorteile oder bla bla, was ja immer so... Ja, die Unternehmen können das halt absetzen, wenn die da investieren. Also die großen Geldgeber. Und als Geldgeber hast du halt, also ich glaube, das meinte Philipps Freundin, die hat das moderiert, den Workshop. Du warst ja nicht da am Samstag, genau. Die hat den Workshop moderiert. Nee, da konnte ich leider nicht. Das war ja ganz klar, dass wir uns alle treffen. Hat den Workshop moderiert und ich glaube, sie war es, die mal gesagt hat, oder das war jemand anders aus dem Plenum. Der meinte, diese ganzen Investments, die Leute da machen mit Risikokapital, neun von zehn gehen schief. Und das zehnte muss halt die anderen mindestens tragen. Oder halt im Idealfall Rendite machen, weil du halt auf das richtige Pferd gesetzt hast. Was natürlich auch... Aber wenn das permanent so läuft, dann ist das ja so milliardenschweren Firmen wie Google und Amazon, das ist scheißegal. Also wenn das quasi wie so ein Gesetz wird, wir schießen immer raus, wir werden niemals Verlust machen und zumindest ein bisschen gewinnen. Oder richtig, dann immer weiter damit. Ja, genau. Aber darum ging es halt in der Analyse nicht. Nicht primär, sondern darum, wie kannst du halt die Leute schützen, die für solche Unternehmen arbeiten. Ja. Also wie, was ja jetzt aktuell schon ein Problemfeld ist, weil es gibt immer mehr Solo-Selbstständige in Deutschland. Und die Bundesregierung hat halt das Blick vom Selbstständigen, der fährt die ganze Zeit mit seinem Porsche Cabriolet zum Golfen, an den Tagen, in denen er nicht arbeitet. Ja, ich meine, wie lange war es... Und das gilt... Schön. Dass man halt am Anfang, so wie wir, als wir selbstständig beziehungsweise freiberuflich tätig waren, dass wir halt uns irgendwie permanent bei Versicherungen etc. erklären mussten, dass wir halt keine Firma haben und keine Angestellte. Genau. Und kein sowas, wo du sagst, ja, bei ihrem Einnahmen, da müssen sie halt einfach den Standardsatz erstmal von 325... Das macht mich kaputt, wenn ich so viel zahle. Genau, aber das Bild gibt es halt noch. Ja. Und bei der Bundesregierung ist es, und einer von der Rentenversicherung meinte, als er letztes Mal mit den Ministerien zusammen war, und da war der Verband der Solo-Selbstständigen da, und da waren Ärzte, Anwälte und IT-Spezialisten da. Und ein paar Leute aus dem Consulting, und die verdienen alle mindestens sechsstellig im Jahr. Und die kommen dann halt, wenn die Solo-Selbstständigen vertreten werden. Und der meinte auch, die Statistik sagt halt was ganz anderes, dass viele Solo-Selbstständige eben weniger verdienen als Arbeitnehmer. Und dass du die halt nicht durch härtere Umlagen in der Sozialversicherung belasten kannst. Und da müssen halt einfach Sachen, wie die SPD es jetzt halt auch vorgeschlagen hat, eine steuerfinanzierte Grundrente, das muss dann halt eben auch zumindest angedacht werden, dass du halt Umverteilungsmechanismen hast für solche gesamtgesellschaftlichen Bewegungen. Und die Plattformen legen dieses Modell halt nur sehr offen, weil die, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Amazon-Lieferfahrern ist, aber ich würde jetzt mal vermuten, die sind auch selbstständig und arbeiten unter dem Mantel von drei, vier Logistik-Unternehmen für Amazon. Ja, also bei Amazon und ja, ich glaube, Amazon hatte ja, ich glaube, das hat mal Böhmermann oder so rausgehauen, wie viele Sub-Unternehmen die haben. Also jetzt nicht viele verschiedene, sondern halt irgendwie ein Sub-Unternehmen hat ein weiteres und somit steht dann halt irgendwann vor deiner Tür ein Typ, der Sub-Sub-Sub-mäßig für Amazon halt tätig ist. Genau, und du kannst, du kannst dir dann halt einfach sagen, naja, der hat halt immer den gleichen Job, aber macht den für sechs Sub-Unternehmen und ist halt damit selbstständig. Und es geht halt darum, in solchen Fällen festzustellen, wann eigentlich jemand Arbeitnehmer ist und halt auch die Arbeitnehmerrechte hat. Wo es halt darum geht, dass die Sozialversicherung von beiden Seiten abgeführt wird, wo es auch darum geht, dass Kündigungsschutz besteht. Weil da kann natürlich Amazon einfach sagen, ja, jetzt halt Sommerpause, ist Lieferpause, wir bezahlen niemanden mehr. So, fickt euch alle. Genau, also um solche Fragen ging es. Ich meine, und was ist dann das Ziel daraus? Also entsteht daraus Gesetzesvorlagen oder irgendwas? Das Bundesministerium entwickelt gerade, das meinte der Staatssekretär heute auch, das ist noch nicht ganz klar. Das ist auch nicht ganz klar, ob es zum Gesetzesentwurf wird, was aber halt angedacht ist. Viel muss halt auch auf europäischer Ebene passieren, da kann Deutschland alleine gar nicht so viel machen. Aber, dass du halt mehr Input hast, was eigentlich notwendig ist von Leuten, die in der Materie drinstecken. Also wir hatten auch Leute da, die Juristen sind, die über Plattformen schreiben. Wir hatten Leute, die Politikwissenschaftler sind, die über Plattformen schreiben. Wir hatten viele Juristen in der Gruppe, wir hatten Leute von Renten- und Unfallversicherungen in der Gruppe. Von der mischigen Lebens- und Unfallversicherung. Ja, aber das ist lustig, also der von der Rentenversicherung meinte auch so sehr, das Rentenmodell funktioniert halt einfach nicht in der Zeit geformt. Und wo du halt eigentlich denkst, so die von den Sozialversicherungen sagen, aber dann müssen alle in die Sozialversicherung. Und der meinte auch, das geht halt nicht, das kannst du den Leuten halt nicht zumuten, statistisch. Kam irgendwer mal darauf, so irgendwie die Gehälter, beziehungsweise Arbeit weniger zu besteuern. Und was halt auch irgendwie Thema ist, so Transaktionssteuer. Ja, das geht halt in die Richtung dann steuerfinanziertes. Weil genau, das ist halt so eine Gruppe, wer verdientst dann gar nicht mit Finanztransaktionen oder hast du was geerbt, dann zahlst du halt überhaupt keinen Sozialversicherungsbeitrag. Und dann bist du halt auch raus. Und wir hatten einen Juristen, der halt viel Europarecht macht, der meinte auch, naja, so ein Sozialschutz funktioniert halt nicht, wenn du nur die Schutzbedürftigen in den Sozialschutz aufnimmst. Also die, die später halt die Rentenversicherung brauchen, weil das ist halt, ja, das lebt halt davon. Und da, also viel muss dann halt eben über steuerliche Umverteilung passieren. Weil ich meine, das ist ja ein Teil des Steuerrechts. Und dann muss man halt solche Sachen anpacken, was natürlich auch anzupacken ist. Das kannst du aber keinem Ministerium verkaufen. Oder wie meinte der einer der Anwälte aus unserer Gruppe, solange Anwälte und Beamte das Recht machen, werden halt die Anwaltskammern und Beamte nicht angepackt, was Rentenversicherung und Sozialversicherung angeht. Weil die sind halt auch ausgenommen. Also jeder Beamte ist halt ausgenommen von der Renten- und Sozialenpflegeversicherung. Jeder Privatversicherte ist ausgenommen von der Pflegeversicherung. Das ist. Etc. Und das ist halt, und viele, also 75 Prozent aller Privatversicherten sind Beamte. Die anderen 25 Prozent sind halt teilweise junge Selbstständige, die es sich nicht leisten können, in die gesetzliche Krankenversicherung zu gehen. Also die Option hätten wir ja auch gehabt, statt der 325 Euro zahlst du halt, ich glaube, das hätten wir 100 Euro bezahlt oder so im Monat. Ja, jetzt ein toller Deal, aber je älter du wirst, desto höher steigen ja die Beiträge. Und du kannst die irgendwann nicht mehr wechseln. Also und viele Leute machen sich halt da mal die Situation auch absolut zur Hölle, weil sie halt zwangsweise quasi als Solo-Selbstständige da reinrutschen in die private Krankenversicherung. Also nur, um halt Denkanstöße zu liefern, um halt die Situation genau zu beschreiben, um auch Anreize zu geben, wie die Plattformen aber selber auch einen Anreiz schaffen können, zu sagen, so sieht der Verdienst genau auf unserer Plattform aus. Also wenn jetzt jemand selbstständig bei uns tätig ist und wir hatten halt, also wie gesagt, bei uns kamen halt nur die Plattformen, die nichts falsch machen. Okay. Ja, Uber war halt nicht da, Lyft war nicht da, Amazon war nicht da. Ja, aber nicht grundlos. Ja, na klar. Also warum sollten die hingehen und es läuft ja für die. Ja, ja und ich meine, das sind dann halt, das sind halt so Sachen, die hatten dann halt, also für die wäre das halt gut, wenn es so ein Zertifikat gibt, so wie Fairtrade oder Trusted eShop, weil sie sich halt auf die Seite drücken können, weil sie sich an die Regeln halten. Dann wird einen da, naja sind die Leute halt selbstständig auf der Seite und dann hast du halt bei deinem Gehalten Brutto-Nettorechner, der ist halt verlinkt vom Bundesministerium für Finanzen. Ja. Das heißt, du kannst da halt einfach mit einem Klick eingeben, wie viel du von deinem Lohn behältst. Und hast halt kein falsches Bild davon, was du da eigentlich verdienen kannst auf der Plattform, was halt, das ist halt eine schwierige Situation. Ja, ja. Ja, und das betrifft halt immer mehr Leute und das ist halt auch eine Sache, das ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also es betrifft nicht nur die digitalen Plattformen. Aber nochmal, unterm Strich, also was bleibt da, was genutzt wird? Also ich meine, wird es dann halt für Gesetzesmodelle, fließt es dann ein oder geht es einfach nur darum, um den aktuellen Stand immer zu haben? Also es fließt in die aktuellen Diskussionen zu einem Gesetzesentwurf ein. Also wie gesagt, es hat die Frage, wie viel einfließt, aber die haben ja auch Juristen eingeladen. Also es ging ja nicht nur um Utopien, sondern auch darum, was rechtlich jetzt schon möglich und rechtlich jetzt schon gedeckt ist. Aber der Staatssekretär, der das Ganze initiiert oder die Hand dafür hat oder sonst was, der geht dann quasi raus und sagt von wegen, hier in dem Bereich habe ich Think Tank gegründet und kann das und das. Ja, genau, wir haben Folgendes noch dazugelernt. Das Bundesministerium hat sich halt auch schon Überlegungen dazu gemacht und die wollten halt schauen, ob so ein interdisziplinärer Think Tank halt noch zu anderen Ergebnissen kommt. Also in der Methode wurden wir auch, wir waren glaube ich, wie gesagt, so knapp 40 Leute und wir wurden auf zwei Gruppen verteilt und die Idee war zu sehen, ob die zwei Gruppen, die unabhängig voneinander arbeiten, zu ähnlichen Ergebnissen kommen und die Ergebnisse waren sehr, sehr ähnlich. Okay, also die Scheiße ist überall. Ja, also auf jeder Seite, die Juristen kamen auch immer zu dem gleichen Ergebnis. Also du musst halt für solche Beschäftigten eindeutig feststellen können, ob die Person tatsächlich selbstständig ist, Arbeitnehmer ähnlich oder Arbeitnehmer. Und Arbeitnehmer ist halt geschützt durch verschiedene Sachen, da muss halt auch der Arbeitgeber Abgaben zahlen, selbstständig als selbstständig, da hast du eine unternehmerische Verantwortung. Arbeitnehmer ähnlich, also ein Begriff, der aus der Medienbranche kommt, habe ich auch alles erst gelernt in den Tagen. Arbeitnehmer ähnlich. Weil viele, viele Leute, die auch gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, schönen Gruß an unsere Gebühren, sind eigentlich Selbstständige, arbeiten aber immer nur für die gleichen Stationen und müssen dann halt zwischendrin mal eine Pause einlegen. Und deswegen sind sie Scheinselbstständigkeit? Da gibt es schon genug Möglichkeiten bei den Öffentlich-Rechtlichen. Okay, das heißt, sie sind genau unterm Knick, das heißt, sie haben irgendwie noch zwei, drei andere. Aber sie sind wirtschaftlich abhängig von diesen paar Arbeitgebern. Ja, von immer denselben, für die sie immer selbstständig arbeiten. Und das heißt, sie sind arbeitnehmerähnlich, das hat halt wenig Bewandtnis für die ganzen Versicherungen und Abgaben, aber sie dürfen nicht von heute auf morgen entlassen werden. Wie, die haben auch noch einen Schutz? Genau, du hast trotzdem einen Kündigungsschutz wie ein Arbeitnehmer, wenn du arbeitnehmerähnlich bist. Wo kommt denn das her? Ja, das ist halt ein Rechtszusatz, weil es halt eigentlich illegitim ist, die so einzustellen und du kannst es halt nicht rechtlich dingfest machen. Ja, genau. Aber das geht halt darum, wie kannst du das halt rechtlich so fassen? Und wir sagten, das ist halt kein Problem, was nur Plattformen betrifft. Das betrifft halt auch Leute, die, wie wir damals, selbstständig in einer Bar gearbeitet haben. Ja. Als Barunternehmer. Bar Kleinunternehmer. Als Getränkemedium. Ja. Aber ich meine, das wird ja in den heutigen Bars in Berlin auch ähnlich sein. Naja, also definitiv. Ja. Also hast du letztens, also das war auch bei Böhmermann, letztens von dem Mehrwertsteuerkarussell gehört? Nee. Da ging es halt um die Mehrwertsteuer, was ich nicht wusste, also da ging es halt um so ein kleines, also vereinfacht das Ganze beschrieben, so ein kleines Modell. Wie man halt sich über die Jahre hinweg Millionen an Steuergeld halt einziehen kann, indem du halt verschiedene Firmen aufbaust. Wichtig ist halt irgendwie, also da hat das als Modell ganz einfach gehalten, meinte, eine Firma ist im europäischen Ausland und zwei sind in Deutschland. Und die Firma A in Deutschland kauft von der Firma B aus dem europäischen Ausland ein Produkt für, sagen wir, 1000 Euro, um es einfach zu halten. Ja, du verkaufst es hier für 1190? Genau, genau. Darum ging es, dass dann halt die eine Firma in Deutschland sich dann halt diese 90 Prozent zurückholt und die andere Firma kauft sie dann wieder zurück, die andere in Deutschland, um sie dann wieder nach europäischen Nachbarn zu verkaufen. Und eine muss ja halt die Abgaben führen, diese 19 Prozent und tut es nicht. Und die andere holt sich immer zurück und die bekommt es. Und somit hast du halt immer einen Kreis, dass halt einfach diese 19 Prozent halt immer von der einen Firma halt immer geholt werden, also sich wieder vom Staat geholt werden. Also nicht 19 Prozent, sondern die Differenz, je nachdem, wie viel in dem anderen EU-Land Mehrwertsteuer gezahlt wird. 19 ist schon recht hoch in Deutschland. Also er meinte halt von wegen, es gibt keine. Also wahrscheinlich, um es einfach zu halten. Ja, wenn du es von einer anderen Firma aus der EU kaufst, ist darauf keine. Ja, genau. Aber die Firma muss es ja trotzdem kaufen. Ja. In dem anderen EU-Land. Darauf ist Mehrwertsteuer. Ja, die kauft es irgendwann wieder zurück. Und da musst du wahrscheinlich einen anderen, ja, genau. Also, ja, aber du hast halt die Differenz. Ja. Und er meinte halt von wegen, es muss halt immer eine Firma das halt immer so auspeitschen und irgendwann schließt diese Firma. Und die zahlt halt nie diese 19 Prozent. So. Und die andere holt es sich permanent halt, die holt sich permanent die Differenz zurück. Und das hat wohl bei etlichen Modellen halt krass, also wie viele, hunderttausend oder Millionen dann halt einfach übers Jahr so weggeschäffelt werden, was die ganze Zeit einfach nur ein Verschieben von Ware ist. So. Und das halt in großen Modellen. Und er meinte, naja, das ist jetzt einfach gesagt, aber um das halt nochmal anders zu führen, hast du natürlich dann halt mehrere Firmen im Ausland, beziehungsweise viel mehr Firmen in Deutschland. Und da ist dann halt, dass sich das hin- und herschieben unheimlich gut lohnt und der Justerische Reiz so maximal ausgereicht ist, bis dann halt, wenn dann irgendwas passiert, wenn es diese Firma nicht mehr gibt, dann kann man also da, wo kein Angeklagter, da auch kein Kläger, nee, wie heißt das? Wo kein Kläger, da kein Verbrechen. Genau, so. Und da gab es, aber okay, das ist ja ein anderes Modell, aber da gab es halt einfach diese Firma nicht mehr und somit kannst du halt, wenn das halt zwar deine Firma ist, aber wenn halt einfach, wie ist das rechtlich, wenn du zwar eine andere Firma gründest, aber mit Firma A, sagen wir jetzt mal, Scheiße gebaut hast, dann darf Firma B nicht dafür belangt werden. Und das ist halt die Idee des Ganzen dahinter. Und so kann man dann halt auch richtig schön Millionen Steuergelder machen. Also total wohl einfach. Wenn das erstmal rutscht, dann ist das einfach nur ein hin- und herschieben und dann ziehst du dir immer nur die Steuergelder rein. Ich dachte, das ist ja schon interessant. Weil es ging halt darum, auch um Europawahl, dass man vielleicht auch manche Gesetze mal in Frage stellt, weil halt einfach zwischen den Grenzen halt einfach auch nicht nur halt fairer Handel betrieben wird. So, und das ist dann halt, mit solchen Modellen habe ich gedacht, das ist ja schon ganz krass, weil das halt einfach so bekannt ist, dass für Großfirmen einfach super interessant, da Gelder zu machen. So, also illegal. Und das super einfach. Schön. Ja, soll ich mal zu meiner Frage kommen? So viel zu sozialer Gerechtigkeit, ja. Die passt jetzt sowas von überhaupt gar nicht ins Thema hier gerade rein. Oder vielleicht volle Kanne, ich weiß noch nicht. Wir machen eine Zehn-Punkte-Liste, in welche Küchengeräte wir am liebsten unseren Penis halten würden. Aber wir sind gar nicht so weit weg. Wir sind gar nicht so weit weg. Meine Frage ist, in welche Richtung? Welche Zimmerpflanzen sind ein Must-Have? Uh, also ich kann immer sagen, aus Büro und Coworking Space Perspektive, die Monstera. Die Monstella ist diese Strombergpalme, ne? Nee, die Monstera ist diese Kletterpflanze, diese große Blätter hat, die aufspringen. Ah, Nachts! Also die Blätter reißen irgendwann ein und haben dann mehrere Finger. Die steht bei mir auch im Schlafzimmer. Ich habe einmal diese klassische Büropalme. Dieses Ding, dieses langgezogene. Super für ein Audio-Medium. Also die Monstera steht in jedem Büro und in meinem Schlafzimmer. Ich mag die auch ganz gerne. Das Problem ist, wenn die zu groß wird und die werden groß, die werden richtig groß, dann ist die halt A, nicht mehr so furchtbar attraktiv. Ach so, echt krass. Das ist für mich irgendwie so eine Arzt-Wartezimmerpflanze. Echt? Die sind über Zeit lang immer total out. Das ist ja eine Kletterpflanze eigentlich. Die kannst du halt an, normalerweise wird die auch an so einem Kokosmatten-Ding. Also hat die diese komische Saugreifdinger, dass die halt die Tapemusser reißt? Nee, nee, die muss sich etwas hoch ranken. Okay. Die wird auch normalerweise festgebunden, wenn sie größer wird. Also wenn du Peter lange genug in deinem Zimmer stehen lässt, dann hat er irgendwann ein Problem. Ja, wenn du sie nicht festbindest, dann hängt sie nämlich einfach, wird sie ein bisschen zu einer Hängepflanze. Also die kann schon, also gerade wenn sie größer wird, wird sie ziemlich unattraktiv. Aber ich finde die so einen kleinen eigentlich ganz geil. Aber eigentlich brauchst du die doch nur in eine Ecke stellen und dann hast du halt irgendwie einen langen Faden von der Decke da runter. Und dann ein Jahr später hast du da einen Dschungel im Zimmer. Wirklich. Also du bei uns in der Nähe, an dem Gebäude vom Alex, also dem offenen Kanal, dem neuen. Wenn du da reinguckst, da kannst du mal reingucken, die haben eine Monstera. Wo? Was? Der Weg, den wir immer zu Lidl gehen. Ja. Wenn du da reinguckst, da steht eine riesige Monstera. Kann ich sagen, absolutes Must-Have. Echt? Ich finde ja, also die Blätter, okay. Sind die Pflegearm? Musst du irgendwie, du hast ja so einen Teil, musst du irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Die solltest du halt nicht. Nee, überhaupt nicht Pflegearm. Du musst die ganze Zeit pflegen. Die solltest du nicht zu viel pflegen. Sonst hast du nämlich das Problem, dass die zu schnell zu viel wachsen. Na, also sind die Pflegearm. Ja, wenn du die auch noch düngst, dann werden die halt so riesigen Monstern. Düngen, da fängst du schon an. Hast du irgendwelche komischen gekauften Dünger? Nee, ich habe gar keinen Dünger jetzt erstmal. Ich meine, da ist ja so der Klassiker, Kaffeesatz oder Tee. Also ich meine jetzt nicht hier den alten Früchte-Tee-Minz-Weihnachtsbeutel aufreißen, sondern schon grünen oder schwarzen Tee gerade durchgezogen und dann so nicht komplett. Das ist ja auch mal geil. Ich kann die ganzen Tee, ja, aber im Verhältnis gesehen. Wenn du so eine kleine Topfpflanze hast, wo der Topf so groß ist wie meine Faust, dann kippst du da halt nicht einen Becher mit Tee, alten Tee drauf. Da gibt es ja manche Beispiele. Also ich habe da ein paar Dinger gelesen, das heißt, warum ist meine Pflanze kaputt? Und dann meint dann irgendjemand, ja, so wie ich das bei dir lese, hast du Erde und Dünger eins zu eins genommen und das war dann auch 50-50. Die Wurzeln sind verbrannt. Ja, genau, beziehungsweise auch gerne mal versifft. Ja, okay, du machst gar nichts dran. Manchmal mache ich ein bisschen Kaffee dran, wirklich nur in Maßen. Okay, hast du Erde gekauft? Ich habe gekaufte Erde. Das ist ja das, was Peter mir dann irgendwann mal erzählt hat, dass da gerne, man sollte irgendwie darauf achten, dass nicht zu viel Kokos oder gar keinen Kokos Faseranteil hat, weil die, ich glaube, die können die Erde ziemlich, ziemlich ersticken oder irgendwann scheiße. Es gibt auch Kokoserde, die als Anzuchterde genommen wird. Aber das ist dann wahrscheinlich wirklich der Faseranteil. Und halt irgendwelche Dinger sind ganz gerne beliebt hier mit Pinguin-Scheiße oder so. Also wo du so einen hohen Pinguin-Kot-Anteil hast. Ich weiß nicht, warum gerade dieser Kot halt irgendwie so interessant sein soll. Aber ja, ich hatte halt, es gibt auch immer diese Blumenerde, wo dann halt immer diese feinen, weißen Körner drin sind. Ich weiß nicht, was das für ein Granulat ist. Ist das Calcium-Granulat? Ja, ich habe halt auch gedacht, weil das verschwindet ja mit der Zeit. Also du merkst dann irgendwann, wie dann dieses Weiß dann irgendwann, es wird ja nicht dreckig, aber irgendwie verblasst. Also ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, was so über Zeitraum dann so langsam sich auflöst. Aber früher habe ich das ja immer gemacht in noch einer alten Wohnung. Bin ich ja einfach, wenn irgendwie ich umgepflanzt habe oder irgendwas gekriegt habe, bin ich mal so in den Innenhof gegangen und habe da irgendwie einfach eine Erde rausgegraben. Da nimmst du aber auch die Schädlinge mit. Ja. Wenn du die nicht backst. Die Backe, also meinst du einmal abtöten? Ja. Deswegen, also normalerweise bei gekaufter Erde ist das da, wo bei gekaufter Erde auch nicht immer so. Ich hatte neulich auch so eine Springtail-Infektion. Das hat er nämlich auch erzählt, dass da viel, viel Scheiße drin ist. Ja, genau. Die war halt nicht desinfiziert und dann war die Pflanze halt einmal ein bisschen zu nass, was ja normalerweise kein Problem ist. Lässt halt durchlaufen, abtrocknen. Ja. Da waren nochmal Springtails drin. Das sind Springtails. Das sind so kleine weiße Milben, die springen, wenn du gießt. Wow. Also die siehst du halt deswegen, so zwei, drei Zentimeter. Deswegen siehst du die recht gut. Die sind auch an sich harmlos, aber die wirst du halt schwer wieder los. Und dann hat man den Bart. Ja, dann habe ich die ganze Erde halt einfach weggeworfen, die Wurzel einmal ordentlich ausgespült und ungetopft. Okay. Wo wirst du Erde hin? Hast du sie jetzt in den Müll geschmissen oder hast du sie einfach in den Innenhof geschmissen? In den Müll. Okay. Im Biomüll. Ja, ich hätte sie auch in den Innenhof schmeißen können. Ja, in Biomüll. Ja, aber genau. Dann habe ich das Wurzelwerk mal ausgespült und dann lasse ich dich mal Pflanzen erklären von meiner Avocado. Da war ich überrascht, wie krass das Wurzelwerk sich schon ausgebildet hat. Das war aber dein Avocado. Genau. Der ist halt auch schon recht groß, der Baum. Der ist auch einmal verzweigt. Aber trotzdem, der ganze größere Topf war schon durchwurzelt. Habe ich gleich genommen zur Gelegenheit, um den zu schneiden. Die Wurzel hast du geschnitten? Die Wurzel, ja. Das darf man. Und dann bilden sie sich stärker wieder aus. Aber du musst ja wahrscheinlich aufpassen, wie weit du die schneidest. Da kannst du bestimmt auch irgendwo eine Grenze haben, dass dann heißt, so das war es. Ein Drittel bis 50 Prozent. Echt? So viel? Ja, und in der Regel, wenn du schneidest, wenn du die Wurzeln schneidest, solltest du auch die Blätter schneiden. Die Blätter? Das weniger Wasser verdunstet. Also die Verästelung? Ja. Ja, oder, naja, entweder schneidest du halt einzelne Blätter ab, also beim Avocado braucht man einzelne Blätter, oder halt schneidest du einen Ast ab, dann verdunstet weniger Wasser und die Pflanze muss erstmal nicht mehr so viel Wasser liefern, wie sie über die Wurzeln vorher konnte. Aber die Wurzeln werden dadurch kräftiger. Ist das bei jeder Pflanze so oder bei der Avocado? Ja, bei jeder. Also der Grat, zu dem du schneidest, ich habe halt so einen Pflanzenkanal, den bin ich halt gefolgt, der ist ganz lustig, so ein Pflanzen-Youtuber und der redet halt, der macht halt Bonsai und da schneidest du halt die Wurzeln, damit sie sich oben kräftiger ausbilden, damit die Wurzeln nicht so tief gehen, weil du willst beim Bonsai möglichst flache Wurzeln haben. Also künstlich, also die geschnittenen, die selbst gebastelten sich irgendwie. Du kannst ja aus fast jedem Baum Bonsai machen. Ja, aber ich meine, aber es gibt ja diese arschteuren, tatsächlichen und die, die halt mit Drahtgeflecht und sonst was, wo du sagst, ich mache mir aus dem Buchsbaum Bonsai oder so. Ja, aber das kannst du halt auch ohne Drahtgeflecht machen. Ja, oder halt die Kameran-Youtuber. Genau, wenn du einfach nur schneidest, genau. Und da ist halt, bei einem Setzling musst du halt irgendwann die Wurzeln unten immer abschneiden und dass sich oben neue bilden, dass du halt oben ein dichtes Wurzelwerk hast. Und wie gesagt, da war ich sehr überrascht, dass das bei der Avocado auch schon so ausgeprägt war. Ja, so, Dirk, deine Pflanzempfehlungen. Ich habe auf jeden Fall, was mördermäßig wächst, ich hatte... Pilze. Ja, darf ich kurz duschen, bitte, bitte. Ich hatte einen Ableger gekriegt von einem Ben-Dermin-Fokus, der war, ich würde sagen, so 30 Zentimeter hoch. Fokus. Fokus, Fokus, ja, auch so aus dem Fokus, den Fokus. Lästert er immer über Flüchtlinge? Ja. Wir brauchen mehrere große Schlagzeilen. Und der, also der ist so pflegearm und der wächst so, also ich weiß nicht, ob es generell an Benjamin liegt oder an den. Also der platzt halt aus allen Nähten. Mittlerweile habe ich den in so einem... Ganz kurz währenddessen ein Bild an davon. So einen großen Topf, der einen Durchmesser, würde ich sagen, von 50 Zentimeter hat, steht halt auf dem Boden und ist fast so groß. Also er geht mir bis zur Schulter. Also ich würde sagen, der ist jetzt 1,75 oder so. Und das innerhalb von einem, ja genau, innerhalb von einem Jahr. Und das ist echt ein krasses Ding. Und ich finde halt die Blätter total schön. Du siehst halt irgendwie nach und nach relativ schnell, wie der halt verholzt. Das finde ich auch ganz geil. Wenn du so siehst, wie dann der grüne Ast dann da rausgeht. Das habe ich bei der Avocado auch. Aber so schnell dann so. Und ja, und der stand halt die ganze Zeit am Fenster. Also ich habe kein direktes Sonnenlicht. Also das ist ja auch mal die Sache, weil manche Pflanzen wollen ja vielleicht mal was sehen. Der zum Glück nicht. Also der ist ziemlich entspannt. Ich glaube, in einer Wohnung ist das generell. Also wenn du eine gute Wohnungspflanze hast, dann ist es relativ kulant, wo du die hinstellst. Ja. Ich habe ja auch meine Einblätter im Flur, wo sie sehr wenig Licht da bekommen. Meine was? Die Einblätter, die japanischen Friedenslinien. Ah, ja. Hier, wie heißt das? Leon, der Profi, ne? Ja. Und dann halt auch adaptiert quasi. Hot Fuzz, ja. Ja, die zum Beispiel, die kann ich sehr gut empfehlen. Und da habe ich halt dann auch, da habe ich den Spaß angefangen. Ich habe mir ja so einen Blumenkasten irgendwann mal aus so alten Europaletten zusammengeschraubt. Und das Ding war halt unten geschlossen oder ist immer noch unten geschlossen. Und ich habe nicht, wie man es richtig machen sollte. Was hat er Ablauf gehabt? Ja, oder halt Granulat unten reingepackt. Das heißt, du fasst dann unten irgendwie grobe Steinchen oder irgendwas rein, am besten Ton. Und dann halt deine Erde drauf und somit hast du halt einen anderen Wasserspeicher. Und ich habe halt einfach nur Blumenerde und die da reingeklatscht. neben noch zwei, wie heißen diese Jucca-Palmen, diese kleinen, die du bei Ikea hast, wo du halt auch eine hattest, die so riesig dann wurde. Und dann war die tot. Da haben wir damals, als wir mit König bei Ikea waren. Ich weiß schon, 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 ja. Aber ich dachte, das wäre Jucca-Palme. Kann es sein. Ja. Oder einfach mal auf unserem Pflanzenbord. Genau. Und die hat so eine schöne, langen, leicht ovalen Blätter, diese Jucca-Palme. Also eine ist schon tot, aber die ältere, die lebt noch. Und ich glaube, der Benjamin hat, als ich die da mit reingepackt habe. Nee, das sind ja die Spitzenblätter. Nee, dann weiß ich nicht, wie ich hier... Irgendwas halt. Ja, aber auch was palmartiges auf jeden Fall. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Benjamin so ein bisschen Energie gezogen hat. Also von der kleinen... Das ist ja unterschiedlich, wie viele Nährstoffe die Pflanzen ziehen, ja. Oder nee, war der nicht am Anfang total allein und dann habe ich die zusammen reingestellt. Naja, und was soll ich denn jetzt sagen? Ja, jedenfalls, der Benjamin ist total geil. Und den habe ich dann... Ja, ich habe letztens hier mir... Wie viel passt da rein? Ich glaube, 50 Liter Blumenerde in den Pott reingeschmissen. Und ich dachte so von wegen, ja, das muss ich verteilen oder irgendwie lagern. Das ist ja auch mal blöd, wenn du dir halt irgendwas lagerst. Aber das hat alles ordentlich... Nee, warte, jetzt ist nicht Quatsch. 25 Liter. 50 wäre ein bisschen heftig. Aber es hat alles reingepasst in den Pott. Und das Geile ist, das ist auch ein großer Blumentopf, der halt unten aber nicht in dem Sinne geöffnet ist, sondern innen ist so eine Konstruktion, dass das Ganze nicht bis zum Boden geht, sondern das ist wie so ein Plastiknetz. Und nur in der Mitte gibt es, ich würde sagen, so einen Handteller, große Fläche, die nach unten gewölbt ist und fast den Boden berührt, aber auch nur fast. Und immer, wenn du gießt, rieselt das natürlich alles durch, beziehungsweise speichert sich alles da halt in der Erde. Und wenn du zu viel gießt, dann sickert das unten durch, dass es dann komplett abtropfen kann oder da liegen kann. Und dann gibt es halt an der Seite so ein kleines, kreisrundes Loch, wo du halt unten eigentlich nur noch gießen sollst, dass die Pflanze nur noch von unten Wasser kriegt. Und ja, weiß nicht, das finde ich irgendwie ganz geil, aber ich gieße die immer noch von oben. Ich gieße auch lieber von oben, ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe ja im Schlafzimmer für die beiden so Betontöpfe geholt, die ich ja ganz geil finde. Aber die sind doch bestimmt monsterschwer. Mörderschwer, ja. Als ich die beide her getragen habe, dachte ich auch, oh scheiße. Und wie viel Erde passt da rein? Also wie groß sind die? So knapp zehn Liter, glaube ich. Okay. Und das sind die beiden, wie heißt die, Monstera drin? Die Monstera und ich habe auch so eine Palme. Frag mich nicht wie. Das ist so eine klassische Büropalme. Ja, das sind die, die mit dem ganz langen Spitzenblätter, die du mir gerade gezeigt hast? Ja, Drachenbaum heißt der. Drachenbaum. Dracanea. Okay, ja. Warte, so ähnlich wie die. Ja, also zu ähnlich. Aber, was du vorhin schon angedeutet hast, du hast ja deine ganzen Avocado-Bäumchen, wie viel hast du? Ich habe jetzt noch eine andere, die habe ich in der Mitte durchgeschnitten, weil es hieß, die Knosp noch mal aus. Hat sie auch getan. Alter, du machst immer Singer, wo ich denke, das wäre der für tot. So von dem, oh, komplett fertiger Baum. Nee, mach mal halb ab. Ich kann nur empfehlen Detlef Römisch auf YouTube. War das damals bei unseren Lieblings-Youtubern oder hat es Singer? Nee, da hatte ich den noch nicht. Aber der ist halt Garten- und Landschaftsbauer. Und er ist halt so ein lustiger älterer Herr, der aber versucht, so Kinder, Jugend, YouTube-Sprache zu benutzen. Bewusst oder unbewusst? Dann schneiden wir den mal. Lol. Ach so, okay. Schwer zu sagen. Boah, das klingt nach so einem Geschichtslehrer. Ja, genau. So einen Typ hatten wir damals jedenfalls. Ja, so einer. Und er redet halt so ein bisschen darüber. Und er auch, wo ich denke, oh Gott, der bringt die Pflanze um. Aber nee, die kommen alle ganz gut wieder. Und das ist, bei dem Avocado-Baum gibt es zwei Schulen, dass man die erst ein bisschen wachsen lassen soll, bevor man sie schneidet. Ruhe da hinten. Ja, oder eben, dass du sagst, na ja, nee, du, sobald die hat eine gewisse Größe hat, sind die Wurzeln kräftig genug, schneidest du sie in der Mitte einmal durch. Du siehst ja, wo sie noch... Was schneidest du in der Mitte durch? Die war ungefähr 15 Zentimeter hoch, schneidest du bei 7,5 Zentimeter ab. Du siehst ja, wo sie rauskommen kann. Die hat nämlich, die hat so ganz kleine Blätter, die sich gar nicht richtig bilden. Und da können sich neue Zweige bilden. Dazu muss die Pflanze aber angeregt werden. Und dazu musst du oben die Blätter abschneiden. Nice. Bisschen Barry White an. Genau. Gibt es hier einmal Leisure Suit Larry auf dem Amiga in die Erde. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, du hast halt die Avocadis selber gezogen. Aus dem Kern, genau. Genau. Wie machst du das? Gib doch mal ein paar Tipps. Normal, normalerweise, du kannst den Kern einfach in die Erde legen mit dem Spitzenende nach oben. Dauert. Dauert aber eine Weile. Zum Gefrag. Könnte ich in so einer schön angemachten Alguacamole eine Zimmerpflanze rausziehen? Weil in einer klassischen Alguacamole ist der Kern noch in der Mitte. Der wird wirklich in die Mitte gedreht. Du kannst ihn auch mitessen. Ja gut, ich kann wahrscheinlich auch meinen Schuh essen, wenn ich hier an... Wer hat es nochmal gemacht? Der ist nährstoffreich, Werner Herzog. Nee, du kannst ihn mitessen. Das ist nicht bedenklich. Der schmeckt halt nicht besonders gut. Hast du jetzt schon gemacht? Nein. Übrigens, Banane kann man komplett essen. Ja, so eine Nummer ist das. Aber die Schale sei sehr, sehr vitaminreich. Ja, und der Kern ist halt so wie... Wie heißen denn die Kerne, die nochmal so in Nüsse genannt werden? Horst, Holger. Ja. Paranuss-Kerne. Irgendwie sowas. Cashew-Kern ist kein Kern übrigens. Okay. Sondern eine Beere. Nein, Cashew-Kern ist der Stil des Cashew-Apfels. Das ist wirklich so. Da muss man halt einen gewissen Stil beweisen. Jedenfalls... Jedenfalls kannst du den Avocado-Kern analog... Also ich vermute mal, der schmeckt ähnlich, aber du müsstest den halt klein schneiden. Ganz bekommt man den schwer in den Mund. Aber du kannst ihn halt... Challenge accepted. Oh Gott, lass das zum nächsten YouTube-Phänomen werden, dass sich alle Avocado-Kern in den Mund stecken. Besser als diese komischen Waschmittel-Tabs. Ich weiß nicht, den erstickst du. Ach, egal wie du stirbst eigentlich. Alle anderen haben es versucht. Ich muss jetzt einmal als Safety-Disclaimer sagen, esst keine ganzen Avocado-Kerne. Nur damit wir uns hier rechtlich absichern. Das sind unsere 10 Abonnenten oder sowas, die sich gerade kurz vorm Avocado-Kern befinden. Okay, dann höre ich. Ich habe schon komplett eingeölt, das Ding. Naja, jedenfalls. Und setzt euch nicht drauf, meine Fantasie jetzt endlich mal aus dem Kopf zu kriegen. Kannst du ganz normal in die Erde packen? Ah, ich habe mir früher übrigens... Wie heißt es denn? Egal. Pornos auf Kabel 1 angesehen? Wie heißen denn diese... Nicht Fisalis. Game Boys. Tamagotchi. Weiße Frucht. Und in der Mitte so ein brauner, ganz glatt, glitschiger Kern. Lichy? Lichy. Ich habe mir Lichy-Kerne in die Nase gesteckt. So, jetzt zu dir mit der Avocado. Ich wollte das Bild einfach nochmal kriegen. Hat er das mit einem Grund oder... Ich fand das von der Form und von der Größe passt das super. Die riechen so lecker. Gar nicht mal so unangenehm. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht unter 10 war, als ich das gemacht habe, sonst war später. Auf welcher Seite des Behindertenheims hast du den CV gemacht? Wenn du lange genug da bist, dann denkst du, so schlecht ist das gar nicht auf der anderen Seite. Naja, kannst auch die ganz klassische Methode wählen, mit der so Kinder dazu angehalten werden. Machst drei Zahnstoche rein. Spitze Seite muss immer nach oben. Das ist halt das Wichtige. Oh, schön. Und packst den Avocado-Kern in ein Wasserglas. Muss halt immer dafür sorgen, dass... Diese Kinder, ich dachte, das wäre Standard. Meine Mama hat das früher auch so mit angucken gemacht. Das ist klassisch, wenn du Kinder als Experiment den Avocado-Kern mitgeben willst. Meiner Erfahrung nach, empirischen Erfahrungen, geht es auch ein bisschen schneller. Aber musst du den... Also, das ist ja auch die Sache. Manche denken, nee und manche ja. Du wäschst den einmal komplett, oder? Ich wasche den einmal komplett. Weil manche sagen ja auch, wenn es schön abtrocknet, dann ist ja auch noch irgendwie Nährstoff ummantelt. Nein, die Nährstoffe sind im Kern. Ja, aber ich dachte auch, das schimmelt doch weg. Genau, das ist die Gefahr, dass es schimmelt. Deswegen sagen manche auch, du musst die Haut ganz entfernen. Ich hatte da bisher mit Schimmel noch keine Probleme. Also, wenn du einmal putzt das Ding, stimmt, der ist ja dunkel und darunter ist ja ganz hell. Genau, genau. Also, ich habe jetzt einmal, wo ich die Haut ganz abgemacht habe. Aber kein Unterschied. Nee, ansonsten habe ich die Haut immer dran. Geschimmelt ist es noch nicht. Ich glaube, das kann manchmal kritisch werden, weil halt häufig angeraten wird, dass du die Avocado abdeckst, sobald der kleine Zweig gekommen ist. Ja. Also, sobald du... Nice. Sobald du unten die Wurzeln... Also, das Erste, was passiert, ist... Kannst du unsere Zuschauer 20 Sekunden alleine unterhalten? Musst du Pipi? Du musst was holen. Ja. Was hast du denn gehört? Erste ist was und dann war er weg. Ich kann erzählen, Klaus hört das vielleicht im Hintergrund. Ich gehe ins andere Zimmer. Ich höre dich auch ohne die Koffe. Ja, deswegen sage ich ja, Klaus kann das bestimmt auch hören. Dass man zum Beispiel jeden beliebigen Apfel, also den Apfel kann man, die Keime kann man zum Keimen bringen. Und das ist relativ leicht. Wenn man die gefuttert hat, dann... Ah, schon alles vorbei. Jetzt gibt er mir gerade einen Scotch mit Avocado-Schimmel. Ich hoffe, ist das hier vorne? Ist das irgendwie... Kalk, das ist der Kalk. Okay. Der ist komplett aufgeplatzt. Ja, genau. Und guck mal unten rein ins Wasser. Iiiiih, da sind voll die Wurzeln. Aber geil, wie die gerade runtergehen. Die sind jetzt nicht so verästelt, sondern es ist einfach wie so ein gerader Pimmel, der runter ins Wasser geht. Habe ich gelernt. Avocados, weil sie in den tropischen Regionen wachsen, wo auch nicht so häufig Regen fällt. Die müssen tiefer. Genau. Deswegen fängt der Kern halt an, erstmal in die tiefe Wurzeln zu werfen. Sag mal Prost, ne? Deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man die Wurzeln halt nach unten hin mal schneidet, dass du ihn nicht in so einen tiefen, langen Topf einpflanzen musst, wenn du ihn mal umtopfst, dass er oben mehr Wurzeln hat. Okay. Aber die werden dann auch ein bisschen weicher. Genau, aber das war jetzt gerade ein Kern im Glas, der schon die ersten Wurzeln geworfen hat. Nicht nur die eine, sondern kommen auch noch... Ich weiß nicht, habt ihr gesehen, da sind noch so zwei andere kleine Pimmel. Ja, ja, ich habe die... Das ist ganz geil. Die sieht so ein bisschen futuristisch aus, weil die halt einfach so... alle gleiche Dicke haben, wie so Salzstangendicke und dann gerade runterschießen und nicht halt so, so wie man es halt kennt. Verästern, genau. Aber das passiert später. Also das habe ich halt bei dem gemerkt, den ich da rausgeholt habe. Wahrscheinlich muss er erstmal also instinktmäßig runterschießen, dann merkt er, echt? Hier ist ja alles Wasser. Ich kann auch hier bleiben. Ja. Okay. Der Trottel. Als nächstes geht er halt, ich weiß nicht, ist er jetzt oben ganz schon offen? Du hast es jetzt besser gesehen als ich. Bei mir steht er immer nur so im Fenster. Also ist er halt aufgeplatzt oben. Ich weiß ja nicht... Genau, als nächstes drängt dann halt die Pflanze raus. Okay, und du pflanzt sie ein? Kannst du flexibel machen, wenn die Pflanze ein paar Zentimeter hat. Okay, aber die Pflanze muss oben raus. Das reicht nicht, wie das unten eine Wurzel ist? Doch, kannst du auch. Okay. Habe ich halt auch schon gemacht. Ich finde, es geht schneller, wenn sie länger am Wasser steht. Aber es ist schon so, dass irgendwie 20 Prozent rausgucken, wenn du sie eingräbst. Oder kannst du die komplett verbuddeln und die würde trotzdem rauskommen? Nee, da sollte ein bisschen was rausgucken. Ja. Aber ich glaube, das hat eher was mit der Höhe zu tun, wo der Zweig beginnt und wo die Wurzeln anfangen. Okay. Wie dem auch sein mag. Ja, also genau. Das ist jetzt so eine von denen, die als nächstes eingepflanzt wird. Und wie gesagt, die erste, die ich eingepflanzt habe, die ist auch schon ein ordentliches Bäumchen geworden. Oh, ordentlich. Ja, kann man schon mal. Also, du hast es jetzt hier mit Zahnstachern gemacht, aber du hast gesagt, es gibt auch eine andere Methode. Kannst du einfach in die Erde packen und dann wächst sie auch, aber langsamer. Okay, und da ist es wahrscheinlich, dass du stetig die Erde feucht halten musst. Ja, stellst du sie ans Fenster. Du kannst halt um der Pflanze... Wieso ans Fenster? Braucht die Licht? Ja, Lichtkeimer. Auch der Kern braucht Licht. Also reicht Helligkeit oder braucht ihr direkt das Sonnenlicht? Idealerweise an ein Fenster, wo auch die Sonne mal reinkommt. Also dann wäre das bei mir nichts. Nein, doch. Ich habe doch kein Sonnenlicht. Ja, aber bei mir in der Küche geht es und bei dir, das ist hell genug. Also kein direktes Sonnenlicht, aber direktes, also viel Tageslicht. Und das am Fensterbrett halt ganz gut. Genau, Erde geht halt auch. Geht bei den meisten Keimen auch, auch wenn es heiß ist, die Säule im Wasser. Geht auch Feuer, Wasser und Liebe? Nice. Das ist schon wieder voll genervt. Sind permanent, würde ich einen Dummscheiß unterbrechen. Mir wurde letztens gesagt von einem Hörer von uns, dass ich dich sehr oft und sehr hart immer unterbreche und dass es ganz schön unfair ist. Was? Das kann ich nicht glauben, dass wir einen Hörer haben. So. Ja, also gesagt, Erde geht auch und du kannst sie halt abdecken mit einem Glas, dann bleibt sie halt in einer hohen Luftfeuchtigkeit. Du musst halt nur dafür sorgen, dass ein kleines Luftloch da ist. Ah, okay. Also nicht, weil wenn es halt komplett geschlossen ist, dann schimmelt es halt da drin. Aber kleines Luftloch und die Luftfeuchtigkeit bleibt trotzdem hoch. Hast du mal was von diesen, also die Dinger gibt es ja zu tausend auf YouTube, so eine Zimmerterrarien gesehen, die man sich ganz einfach selber machen kann, wo du halt dann unten ein bisschen Granulat. Wo du so einen Pfropfen oben reinmachst. Genau, und dann halt einfach nur ein bisschen Erde von irgendwo her raufklatscht und sagst von dem, du hast immer irgendwo in der Regel Versamung in der Erde schon drin. Und wenn du die dann halt schließt, also in dein Glas dann packst und das dann halt oben komplett abschließt, hast du halt dann auch irgendwie vorher so einmal zu zack gießen und dann hast du dieses Modell, dieses Kreislauf, dieses System, was dann halt irgendwie über Jahre nicht gegossen werden muss. Genau, und in der Regel halt richtig, richtig krass viel Scheiße da wächst und dann halt auch, wenn du siehst, dass da Kleinstlebewesen drin sind, dass dann viele denken, oh ja, ersticken bla bla, dass die halt relativ lange wohl aushalten, ohne die erste Produktion von Sauerstoff und sobald dann halt die Pflanze losschießt, wird dann halt irgendwie aus dem Kohlendioxid das wird, und ich dachte, warte. Dafür sind diese, die Milben, die ich vorhin erwähnt habe, White Springtails ganz gut. Weil die das halt alles schön auflockern? Die essen die Fäulnis. Ah, okay. Also du brauchst die Viecher. Ja klar, die haben ja alle Gründe, die sind ja nicht alle böse. Ja genau, wie gesagt, die sind auch gar nicht schädlich, aber das ist halt nicht geil, wenn die die ganze Zeit da rumspringen, wenn du gießt. Ja, aber hast du mal so überlegt, sowas zu machen? Weil klang halt irgendwie total super leicht. So ein bisschen Erde rein und dann, also beziehungsweise Granulat. Also ich glaube, ich würde was pflanzen und gucken, was dann passiert. Ja, achso, okay. Also kannst du halt auch machen. Moos geht halt auch ganz gut als Grundlage dafür. Ja. Musst halt auch passen, dass du da die Erde nicht erstickst. Aber ja, das ist eine reizvolle Idee. Fand ich. Und dann irgendwie hat der Typ dann halt, also bei einem Typen habe ich das gesehen, der hatte halt so ein Stück Rinde da drin und dann halt auch Moos und Moos hat sich dann irgendwie etabliert und hat quasi echt die Rinde mehr und mehr zersetzt so. Also die ist dann halt wie runter und die Rinde war halt ein unheimlicher Nährstoffgeber für alles, was drin war. Und zeitweise konntest du dann nicht mehr, also es war halt dann irgendwie so ein dickes Einmachglas und du konntest von einer auf die andere Seite nicht mehr schauen, weil es halt einfach komplett voll war. Weil alles komplett voll grün und dann vergammelt dann oder beziehungsweise vergammelt nicht, aber halt dann irgendwann dauert es halt auch aus und dann, und das geht halt weiter. Und ich habe jetzt nur, weiß nicht, beobachte, wie dann immer so, glaube ich, ein knappes Jahr oder sowas. Aber das fand ich schon voll faszinierend. Also du kannst, also das kannst du teilweise länger als ein Jahr geschlossen halten und ansonsten gehst du halt einfach ein bisschen nach. Ja. Das ist halt wie der Wasser im Kreislauf ist. Ja, also echt. Aber das ist natürlich echt so ein optisches Ding, ne? Ja, du hast keinen Effekt. Also auch den Luftreinigeneffekt, den Pflanzen haben, hast du halt gar nicht. Vorhin, als du das Ding geholt hast, da habe ich kurz drüber geredet, dass du jeden Apfel, also beziehungsweise jeden Apfelkern auch zum Keimen bringen kannst. Das habe ich halt auch mit Zuchtäpfeln gemacht, sowas. Meist schießen die halt alle raus und gehen dann platt, aber du hast erstmal kurzzeitig eine kleine Pflanze. Geht auch mit, ging bei mir leider nicht, aber theoretisch geht es auch mit Kiwi. Ah, okay. Ah, das muss ja noch krasser sein. Kiwi sehen ganz hübsch aus. Aber die sehen halt so ein bisschen aus wie dein Benjamina mit hellgrünen Blättern. Ah, okay. Benjamina? Ich dachte Benjamin Fokus heißt das Ding. Ficus Benjamina. Also das ist ja ein lateinischer Name. Okay. Ja, und da war es halt einfach nur, dass du die Kerne dann halt rausholst, dann wäschst du sie einmal ab, dann trocktest du sie und dann nimmst du halt eine kleine Tupperdose und hast halt so Cellophantpapier, also Küchenrollenpapier, das legst du halt dann auf dem Grund und da legst du sie halt drauf, oben drüber träufelt es nass und legst es in den Kühlschrank. Ja, Kaltkeime. Eicheln auch. Bitte? Eicheln sind es auch. Okay. Und dann halt irgendwie zwei bis drei Wochen, du musst halt immer ein bisschen nachtröpfeln und voll fasziniert, alles funktioniert. Also ich hatte halt irgendwie hier die Pink Lady habe ich gemacht, Elster. Pink Lady sind total schön schnell gewachsen und dann halt genauso schnell wie verpufft. Aber bei mir sind zwei, also die werden irgendwie nicht mehr größer, aber die waren schon zehn Zentimeter groß, das ewig, aber zwei Elster. Die sind dann halt irgendwie, haben die sich, hat funktioniert so. Also ich meine, ich glaube, die halten ja jetzt gerade irgendwie nur aus, das passiert gerade nicht mehr. Hast du die umgetopft mal? Ne, die sind halt in dem, in diesem großen, genau, in dem großen Ding mit drin und die sind die, da habe ich auch gedacht, ob das vielleicht daran lag, weil die waren in der Nähe von dieser kleinen Ikea-Palme und die Ikea-Palme ist platt, aber diese ganz dünnen kleinen Elsterpflänzchen, die beiden, die stehen daneben und da habe ich gedacht, ob die vielleicht die Palme irgendwie platt gemacht haben. Manchmal können sie sich auch Pflanzen nicht vertragen. Na klar, Minze gilt ja auch als so ein Nährstoffdieb. Ja? Ja, also wenn du irgendwie Minze in einem, ich glaube, die ist relativ nährstoffintensiv. Minze ist doch, gehört zu Kräutern, oder? Ja, ja. Weiß ich mal nicht, wenn das bei Lidl so angeboten wird, was ist das jetzt? Ist das einfach so ein... Ich glaube, die Einteilung, was Kräuter ist, was Kraut ist, ist gar nicht so strikt. Ich glaube, Kräuter sagst du halt einfach, wenn du es traditionell nach deutscher Küche, sag ich mal... Ja. So wie Basilikum oder sowas. Genau. Also ist ja auch, die Grenze ist Basilikum, Minze, ist das Unkraut oder Kräuter? Ja, so wie Urs irgendwann mal meinte, von wegen, als dieser Rucola-Hype kam, halt von wegen, dass das halt eigentlich einfach nur Unkraut ist. Und es gibt halt tausend verschiedene Varianten. Und er meinte halt, das riechst du halt auch, wenn es alles aufblüht. In den meisten Parks und sowas in Berlin wächst auch überall hiesiger Rucola. Und den kann man halt auch essen. Und der riecht genauso würzig. Der wird aber nicht gepflückt oder zum Futtermais genommen, weil er halt sehr, sehr scharf ist. Weil Rucola hat immer so eine schöne Schärfe. Der ist dann richtig, wo du denkst, ach du Scheiße, aber der ist halt total gesund. Wächst halt einfach als Unkraut irgendwo hier rum, frei. Zu jedem zugänglich. Und wir kaufen uns dann halt den teuren, weiß nicht, spanischen Rucola oder sowas. Der ein bisschen milder ist. Und weniger Hundepipi dran haben. Ja, das ist natürlich auch der Fall. Wenn du hier einen siehst, oh, das ist ja wahr. Ich würde hier nichts vom Boden aus dem Park ziehen. Aber prinzipiell natürlich diese ganze Unterteilung Unkraut, Kräuter. Was mir auch lustigerweise passiert ist, da habe ich wirklich Erde aus dem Innenhof bei uns genommen. Und ihr habt ja hier, den teilen wir uns quasi, aber ist auf eurer Seite so einen richtig fetten, schönen, dicken Baum. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich dachte. Redest du jetzt von meiner kleinen Esche, die ich mir klauen wollte? Ist das eine Esche? Ich glaube, es ist eine Esche. Okay. Weil unten ist ein Ableger davon. Aber der gehört mir, was wir jetzt mal klargestellt haben. Ich habe nämlich die eigene kleine Esche da bei mir zu Hause gezogen. Weil ich hatte halt dann eher Erde genommen für einen von diesen Apfelbäumen. Wollte das so verteilen. Und in einem kleinen Blumentopf sind halt zwei hochgeschossen. Und dann kam eine dritte und die beiden sind halt platt gewesen. Die dritte dachte ich, ach geil, die wird ja richtig was. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, was das für Blätter waren. Da dachte ich, hä? Also ich kenne Apfelbaumblätter. Und das waren dann irgendwann schossen halt nämlich diese, die... Langen mit den... Genau. Ja, ich glaube, es ist eine Esche. Akustisch sehr gut gemacht. Ja. Und jetzt habe ich da so eine kleine Esche. Und das Geile ist nämlich, zum Winter hin, obwohl die Temperatur in meiner Wohnung, na ja klar, viele auch ein bisschen, aber halt nicht so krass, dann lassen die halt die Blätter fallen. Und dann denkst du, sie ist tot. Was sagst du? Ja, genau. Ja, schon. Und dann denkst du, sie sind tot. Und meine Mutter meint, nee, leicht. Winterrohr. War echt nur ganz leicht, genau, leicht nachgießen. Und wann war das irgendwie, April oder sowas? Bums, war die wieder da. Also voll geil. Das habe ich halt noch nie gesehen, weil normalerweise Zimmerpflanzen, die ja immer nahresunabhängig aktiv sind. Also hier im Innenhof steht halt schon ein kleiner Ableger. Den wollte Klaus sich klauen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da echt viele kleine Ableger stehen, die wir auf Anhieb nicht erkennen. Der sieht aber schon ganz geil aus. Wie groß ist der? Also so, der hat auch schon so einen kleinen Holzstamm. Was heißt so, so vom Boden oder so von... So ist ungefähr der Stamm. Und dann... 30 Zentimeter hat er gezeigt, glaube ich, so. Ja, und jetzt zeigt Klaus den Baum. Wegen Penislänge. Der hat schon so eine leichte Bonsai-Kurve. Ach, du möchtest den auch ein bisschen trimmen, oder so? Ja, mal gucken. Also ich würde ihn halt nicht zu einem riesen Baum werden lassen. Ich könnte mir eh vorstellen, was Peter meinte. Er hat dir doch mal zwei Bäume mitgebracht, die irgendwer getötet hat. Smillo und Blake Mausemann. Smillmann. Was war das nochmal? Eiche und... Eiche und Esche, glaube ich, auch. Auch eine Esche. Oder Buche. Eiche und Buche, irgendwie so. Das fand ich ganz interessant, weil Peter meint so richtige Waldbäume. Wenn du die halt zu Hause hast, wenn die auch, wenn die langsam und sehr langsam meist zu Hause wachsen, die sind halt scheiße stark. Und wenn du den nicht umtopfst, egal in welchem Topf, irgendwas, peng, und die schießen dir jeden Topf auseinander. Also wenn auch irgendwie Plastiktöpfe, die platzen dann. Also ich dachte auch, was für ein Druck da sein muss. Aber wenn du halt hingegen überlegst, als Katze sieht der Baum nach einem ziemlich guten Spielzeug aus. Vor allem, wenn du ihn vom Küchenregal schmeißt. Ja, das stimmt. Wie das knallen könnte. Und wenn ich dann erstmal mit meinen weißen Pfoten durch die schwarze Erde tapse, er kommt nie darauf, dass ich das war. Kann dir auch scheißegal sein, wenn du taub bist. Ja. Wie laut das knallt. Naja. Und Blake hat den anderen dann endgültig tot geknabbert. Blake. Blake war ja auch gerne mal im Mülleimer, um zu suchen, ob da nicht was drin ist. Das darfst man, keine Ahnung, ein Auto bauen könnte oder was essen. Sir, ich habe das kontrolliert. Nichts im Müll. Danke. Ja, also die Escher, die wollte ich mir halt irgendwie dann kralen. Ja, ist ja gut. Wie oft er das jetzt schon gesagt hat. Ich wollte nur nochmal. Spul zurück. Das ist ja eigentlich mit der Escher, den Ableger, den ich im Innenhof gesehen habe. Ja, was hast du denn sonst noch so? Wir haben vorhin angesprochen, diese Kräuter. Also faszinierend ist so. Kräuter, ja. Also meine Minze in der Küche, die ist echt die Bombe. Normale Minze oder Pfefferminze? Normale Minze, die Pfefferminze ist bei mir, die hat sich nie richtig angesiedelt. Aber es kann natürlich auch an der Pfefferminze, also an dem Topf gelingen haben, die ich gekauft habe. Das weiß man ja nie bei den Kräutern, wie robust die tatsächlich sind, wie lange die tatsächlich halten, wenn du die im Supermarkt kaufst oder im Blumenladen um die Ecke. Ja. Ja, ich habe hier halt auch, also was ich am faszinierend zu finde, nochmal kurz zurück, Basilikum vor anderthalb Jahren bei Lidl geholt. Das ist so ein Ding, was man einmal abschneidet für einen Salat, dann war es das. Ich ziehe da nie was ab, weil ich es einfach so faszinierend finde, dass das Ding immer noch nicht tot ist. In dem selben kleinen Plastikblumentopf von Lidl und das ist halt ein kleiner, na Stamm ist das nicht, ein kleiner Halm oder sowas. Und da sind immer so zwei, drei Blätter dran. Das ist durch den Winter gekommen, alles ist Wahnsinn. Ich halte immer nur so leicht feucht, aber dass das Ding überhaupt da ist. Und ich habe das erstmals gesehen, dass das Ding Blüten schlägt, weiße Basilikumblüten. Da dachte ich, geiler Scheiß. Aber wie gesagt, da gehe ich nicht ran. Und dann halt irgendwie die Minze, die ich mir halt immer letztens geholt habe für einen Smoothie. Und du meintest von wegen schön kürzen, habe ich halt auch gemacht. Beziehungsweise habe ich halt ja, ich nutze ja dann für einen Smoothie nicht die Blätter, sondern auch ein bisschen Stängel. Und dann habe ich die halt alle schön runter auf drei Zentimeter oder fünf Zentimeter gemacht. Und jetzt, lustigerweise, schießen rechts und links wieder alle wieder hoch. Und das ist echt ganz cool. Genau, und das hatte ich halt, seit Winter habe ich hier eine Minze. Und die ist echt, die wurde schon gut gekürzt, die ist schon gut nachgekommen. Und die von Lidl, die ich habe, die ist jetzt halt dabei, von unten halt neue Triebe zu bilden. Frage, wenn man die immer auf selbe Höhe kürzt, und der ist ja am Stängel einer Seite rausgeschossen. Wenn ich den auch kürze, geht der dann immer wieder vom Hauptstängel ab? Nee, an den beiden Blättern. Da, wo die Achsen sind. Da, wo die beiden Blätter kommen, wenn du da rüberschneidest, kommen halt da zwei neue Stängel. Ich habe jetzt aber nicht am Blätter, sondern ich habe alles einfach auf einer Ebene gesägt. Da ist jetzt die Frage, weil jetzt einer von diesem Stängel, also das ist halt ein blattloser Stängel, und da kam halt einer raus, wo jetzt wieder Blätter rauskommen. Wenn ich den halt irgendwann, wenn die auf dieser Höhe auch sind, auch wieder auf dieser, dass er quasi auch nur so lang ist. Ich würde den über den Blättern schneiden. Also die Blätter noch dran lassen, weil ich die Blätter ja für meinen Schmusi haben will. Ja, aber Nachhaltigkeit. Meine Frage ist aber einfach nur, ob, wenn der jetzt hier auch gekürzt ist, ob der nächste aus dem kommt oder ob der aus dem Hauptstängel kommt. Nee, der nächste kommt aus dem. Okay, der will immer so weitergehen, oder was? Achso, weil ich dachte, wie geil wäre das, wenn da nach allen Seiten so raus... Ja, das ist bei mir. Wir können ja auch gleich mal dann meine Minze an... Ich kann auch meine Minze holen, dann bringe ich den Avocado-Kern zurück. Dann hast du wieder 20 Sekunden alleine. Kannst du auch alles Monterra noch hier reinstellen. Das ist so ein Anschau-Podcast. Jetzt macht er das. Ja, sehr gut. Kresse, hast du früher hier Chia-Pets hier geholt? Nee, überhaupt nicht. Fritz hat gesagt, nee, überhaupt nicht. Aber Kresse fand ich irgendwie total geil, weil Kresse war so ein, ich glaube, so ein Kindergarten- oder Kinderhort-Erlebnis, wenn man die Kinder irgendwie an Pflanzen ranholen will, weil das halt super schnell geht. Und dann hast du dir halt irgendwie so einen kleinen Ton, irgendwas selber gebastelt und dann Kresse-Samen drauf und dann kannst du nach einer Woche alles... Ist auch ein guter Erzes-Song. Immer mitten in die Kresse rein. Sehen, was du... Ja, echt. Das ist jetzt deine... Das ist aber Pfefferminze, oder nicht? Das ist normale Minze. Das ist normale Minze? Dann habe ich aber eine andere Minze. Du hast eine andere Minze, das ist die von Rewe. Das ist eine andere Minz-Sorte, aber es ist trotzdem keine Pfefferminze. Aber du siehst halt, wie die verästelt ist. Ja, also erst mal hat die viel, viel feinere und kleinere Blätter und dann ist die wie so eine Kletterpflanze verästelt. Die sieht irgendwie total süß aus, weil sie sieht irgendwie buschig aus und bei mir sieht das halt aus wie... Noch, aber die steht halt seit November oder Dezember hier. Also die ist... Aber so richtig feuchtest du deine Erde nicht, ne? Nö, ich habe die aber... Ich gieße die mal wieder, aber die saugt Wasser noch und Löcher, also... Ah, die hat einen ganz, ganz milden Duft, wenn ich überlege, wie meine. Äh, riecht. Ja, aber ich... Also die hat sich halt einfach gut hier angesiedelt, was die... Ja. Aber generell, was hältst du denn da von Kräutern? Also jetzt Pfefferminze. Aber hast du jetzt auch irgendwie Basilikum oder irgend so? Rosmarin habe ich. Rosmarin habe ich ja letztens gesehen. Meine Freundin hat ja Rosmarinbaum, einen kleinen Rosmarinbaum auf dem Balkon und das habe ich noch nie gesehen. Also richtig krass. Und wenn der dann... Das sieht... Da kannst du ja irgendwie... Der riecht so intensiv, dass du das Steak, glaube ich, nur einfach über den Baum ziehen müsstest und da nichts dran legen müsstest. Oder die Kartoffeln. Ich habe auch so einen Küchen-Rosmarin, aber auch ziemlich dicht und holzig gewachsen unten. Ja. Apropos, weißt du, was ich mal gemacht habe? Das passiert bestimmt auch mal, wenn du Kartoffeln dir kaufst und die lange halt dann im Kühlschrank... Quatsch, im... Was denn? Was denn? Hinter mir, hinter dir. Das sind Kartoffeln? Ja. Ah, hast du auch gemacht. Ja. Wenn die dann verkeimen und du hast einfach mal eingepflanzt und dann schießen die halt einmal richtig hoch. Ich wollte mal gucken. In der Regel hast du halt eine schöne Pflanze, die dann irgendwann auf Wiedersehen sagt. Ja. Aber schon total geil. Also ich habe dann irgendwie eine, die war richtig klein und grün und hatte so viele Wurzeln und dachte, die kann ich jetzt auch weghauen. Die haben jetzt auch schon so viele Wurzeln? Ja. Oder meintest du, die Kartoffeln noch klein und grün? Ja, als die Kartoffeln noch klein waren. Achso, da haben sie, sind sie halt so an zwei, drei Stellen ausgetrieben jeweils und ich dachte, ich probiere es einfach mal, ob die wachsen. Die ist jetzt auch, die wollte ich halt irgendwann mal aus dem Topf rausnehmen und ich dachte, einen größeren Topf war, die hat sich schon so da reingedrückt, das ist schon alles so durchwurzelt und dachte ich, ach, dann lass sie da jetzt kurz rum. Ah, das ist schon geil, wie schnell Kartoffeln wachsen können. Ja, extrem stark. Also, ne, wenn ihr, wenn die Erde irgendwann keinen Sauerstoff mehr habt und ihr müsst Pflanzen einpflanzen, die Photosynthese betreiben, Kartoffeln. Das geht relativ fix. Geht nicht mit Nudeln. Achso, das ist dieser postapokalyptische Podcast-Tipp. Ja, hast du noch irgendwelche, du hast dir doch irgendwann diese ganzen, diese komischen, diese komischen Töpfe, diese Alutöpfe mit Hänge-Dinger und das sind ja wahrscheinlich nicht ganz viele Pflanzen, die so gar kein oder ganz wenig Licht brauchen, oder? Ja, ich habe sie ein bisschen verteilt. Also im Moment. Was sind das überhaupt da? Die Fahne. Ah, Fahne, stimmt. Ja, ich habe auch ein paar Fahne, aber die wachsen relativ langsam, bei mir zumindest. Im Jahrgenau im Flur habe ich ja zwei japanische Friedenslilien daran hängen, aber die machen sich ganz gut. Davon abgesehen, dass die, glaube ich, mal einen größeren Topf brauchen. Ich glaube, das ist da das dringendere Problem. Die sind halt einfach relativ klein gelebt. Ich glaube, die... Die Blätter sind so schön groß und dick. Ja, genau. Und die können halt richtig groß werden, wenn die halt einen größeren Topf bekommen. Ich glaube, das steht jetzt mal an. Dicke Blätter, was ist eigentlich mit Kakteen? Du hast doch früher mal so Kakteen gehabt. Diesen ganz großen, langen Harry, den der dann halt umge... Der dann irgendwann sich zum Fenster schon gesehen hat und gesagt hat, ich springe raus. Raus hier. Und dann war er halt irgendwann auch tot. Ja, Kakteen niemals gießen. Ach, du hast die tot gegossen, der Klassiker. Nein, aber die ist halt nach dem Gießen und Umtopfen richtig in die Höhe geschossen. Das war halt so eine kleine Mini-Sukkulente. Also sagst du heute eher Sukkulente. Du alte Sukkulente, du. Nice. Viele Pflanzen haben einfach so Namen, wo die dir im Ruhrpott, als die dir jemand umrufen und auf den Kopf wirft. Hör mal zu, du Efeutute. Efeutute, ja. Gut. Naja. Ja, ich hatte mal überlegt, ob ich wieder so ähnliche Sukkulenten hole. Oder ich habe jetzt gerade noch Drachenfinger und einen Geldbaum. Die ja auch zu den Sukkulenten zählen. Wie gesagt, die anderen müssen dann nur umgetopft werden, die beiden Friedenslilien. Aloe Vera habe ich mal gedacht. Und ich habe in dem, ganz kurz noch, in dem Coworking-Space, wo wir gearbeitet haben, hatten sie auch einfach so Glasschüsseln. Und da hatten sie die Aloe Vera-Pflanze. Und weil die ja relativ steil nach oben wächst und dann so ein bisschen ausbrancht. Und dann schneidest du mit deinem Schwert ab und dann läuft das frische Aloe Vera in deine Hautcreme. Kannst auch trinken. Hey, lass das mal lieber. Wie du denkst, dass wir halt dumme Kinder am anderen Ende haben. Trink bitte alle ein Glas Aloe Vera. Und die hat einfach ohne Erde, also nur die Wurzel mit so einem ganz kleinen bisschen Erde dran, also wirklich wie aus der Erde geholt, halt da reingesteckt. Und dann wird halt ab und zu mal Wasser direkt auf die Wurzeln gesprüht. Aber die Aloe Vera ist ja auch eine Sukkulente, also speichert das Wasser in den Blättern. Deswegen geht das ganz gut. Total komisch. In den 80ern, ich bin mit groß geworden Anfang der 90er, bei ganz vielen Ärzten und sonst was, gab es halt alles Pflanzen ohne Erde. Und die hatten halt alle diese Granulat-Kügelchen. Mit diesem Wasserstandsanzeiger. Die sind alle weg. Wo sind die denn alle? Und die waren doch super. Du musstest halt da nichts irgendwie umdrehen, sonst was. Weil die Pflanzen haben sich halt einfach zwischen diesen alten Kügelchen hin und her geschoben. Du konntest sie einfach auspflanzen, indem du halt so rausziehst und die Kügelchen rausschiebst. Also das gibt es für Bonsai, nimmst du das noch inzwischen, aber als feineres Granulat. Aber warum hat sie das nicht durchgesetzt? Also ich meine, in den 80ern habe ich das überall gesehen. Oder jedenfalls meine Erinnerung ist alles voller Granulat. Das sagt mir auch, ich kenne es auch noch als Dominik. Es hat lange gebraucht, bis ich wusste, dass auch Zimmerpflanzen in der Erde stehen können. Ich meine, stell dir mal vor, du könntest jetzt hier in deinem Zimmer so ein bisschen zen-gartenmäßig in eine Ecke alles von der Granulat schütten, da ein paar Pflanzen ansetzen, wenn vorher Zambule ist, könnte in die Ecke halt auch Philipp pinkeln. Genau, wie Katzenstreu. Ja, genau. Apropos Katzenstreu, habe ich auch schon mal gehört, dass Katzenstreu ein bisschen untergerührt, also jetzt nicht benutztes, frisches. Also es gibt ja diese ganzen, es gibt ja diese, keine Ahnung, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, diese parfümierten, chemischen Dinger und die sehr, sehr auf irgendwie, keine Ahnung, Tonstreu oder irgendwas. Und die seien wohl auch geil für Erde, dass man halt, also weil die ja auch Granulat ähnlich funktionieren. Also die natürlichen Dinger jetzt nicht irgendwie. Ich weiß ja nicht, ob die Wurzeln, die das Wasser da wieder rauskriegen aus denen. Aber ich meine, das habe ich mich bei diesen Tonkündchen auch gefragt. Aber kommt halt, glaube ich, ein bisschen auf die Pflanze auch an. Ja, es müssen Pflanzen sein, die irgendwie nur mit Berührung dann sagen und nicht halt. Ja, du ziehst es halt langsam da raus. Ne, aber auch auf die Pflanze, also wie viel Wasser die tatsächlich braucht. Du kannst, also weiß ich halt so, Aloe Vera und Wüstenpflanzen kannst du auch in Sand pflanzen. Also es ist halt für einen Topf nicht so geil, aber wenn du es halt in einem Glasbehältnis hast, da kann es schon wie in einem Terrarium ganz geil aussehen. War das bei dir auch als Kind, beziehungsweise angehender Jugendlicher, dass die ersten Pflanzen halt Kakteen waren? Ja. Also man sagt von wegen hier, guck mal, so ranführen langsam. Wenn du es mal zwei, drei Wochen vergisst, ist scheißegal. Aber nicht jeden Tag, also der muss nicht schwimmen. Ja. Ah, jetzt kriegt er seine Bestellung. Pizza Monstera. Welche hast du denn so, welche Pflanze nutzt du? Besonders lieb. Nutzt du denn regelmäßig, also von der du quasi zehrst, so eine Nutzpflanze, wo du sagst von wegen. Die Minze. Das ist halt, was du, die schießt. Also die, wirklich, wenn ich dann nicht auch, also ich meine, man muss halt, wenn einen Topf mit Minze hat, kann man halt nicht jeden Tag die Minze benutzen, aber wenn ich hier nicht zwei, drei Mal pro Woche Minze in Tee oder einen Fruchtsalat mache, dann habe ich ein Problem, weil die halt zu lang wird wieder, die Stängel. Also bei so ein paar Stängeln sieht man es schon, die eigentlich zu lang sind. Wie schnell wächst das bei dir? Ich muss so zwei, drei Mal die Woche irgendwelche Stängel abmachen. Aber der ist halt auch schon wirklich dicht gewachsen. Also der hat. Also wenn du da irgendwie einen Ableger hast, bin ich dabei, weil meine Minze, weil ich so oft ja was, da kann ich halt irgendwie gefühlt alle drei Wochen mal was abschneiden. Also das hat bei mir lange gedauert. Ich weiß nicht, ich habe auch mal neulich versucht, man macht ja so ein Steckling, das hat nicht geklappt. Steckling war? Du schneidest einen Zweig ab. Ich dachte, das wäre ein Setzling. Du nimmst die Bette ab. Die schon frisch gekeimten Dinger, das sind Setzlinger. Uh, wahrscheinlich. Und was ist ein Ableger? Ich dachte, ein Ableger ist abschneiden dann auch. Ich dachte, das wäre, wenn du es komplett mit Wurzel rausnimmst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das hat nicht geklappt. Hast du schon mal erlegt, dieses, wie heißt das denn? Wenn man so zwei Pflanzenarten verbindet, es gibt ja zum Beispiel Kreuzungen zwischen Apfel und Birne oder sowas, wo man die halt dann abschneidet und dann halt die an Schnittpunkten zusammenklebt und faszinierenderweise wird das was. Das kannst du auch machen, wenn du Pflanzen wie Avocado oder Kiwi hast, die halt keine Selbstbestäuber sind, dass du einen männlichen Zweig an eine weibliche Pflanze ranmachst und umgekehrt. Hallöchen, Ladies. Wie kriegst du die aneinander mit deinem Spraypflaster? Ich habe es mal gesehen, ähnlich. Du machst einen T-Schnitt rein in die Rinde. Ja. Ja. So, dann klappst du das so auf und setzt den anderen Aster an und klebst das wirklich fest mit Tape. Und dann wächst das wieder zusammen. Wie wenn du einen duellen Finger verlierst, findest du einen anderen Finger und setzt dir den ran. Das klappt ja auch reibungslos. Beziehungsweise der Daumen wächst ja nah. Das ist ja der einzige Finger, der da nachwächst. Ja. Ah, faszinierend. Was ich irgendwie jedes Mal vergesse, wenn ich, also jetzt mache ich das gar nicht mehr, aber als ich halt irgendwann mal Rosmarin hatte oder sowas, das zum Kochen wirklich nutzen. Ja, ich mache das auch. Steht daneben und dann sucht man sich getrocknetes Irgendwas, wo du denkst, steht ja direkt daneben, greift doch zu. Ich mache es bei der Minze, mache ich es noch recht häufig. Bei dem Rosmarin vergesse ich es auch ständig. Und der ist halt wirklich auch so ein Monstrum bei mir in der Küche. Ja. Aber das wurde ja irgendwann dann auch irgendwie ziemlich hip, sich da irgendwelche Kräuter hinzustellen. Also ich habe das halt schon öfter irgendwo gesehen. Zumal halt Rosmarin, wenn du einen geilen Rosmarin hast, ist auch einfach geil im Büro, dass du nicht einfach nur ein bisschen Luft so was, sondern dass du einen permanenten, so einen leichten Rosmarin, du kriegst halt immer ein bisschen Bock auf Steak, Kartoffeln oder irgendwas. Aber das ist schon irgendwie geil. Es gibt natürlich auch manche Sachen, die dann irgendwann ein bisschen hart sind beim Duft. Also irgendwie, wenn du, weiß nicht, einen Lavendel dir irgendwo hinstellst oder so. Obwohl, was ich gehört habe, frischer Lavendel am Fenster, das sollen Spinnen überhaupt nicht abkönnen. Okay. Das finde ich auch sehr faszinierend, dass die da so denken, ach du meine Güte, raus hier. Oder beziehungsweise erst gar nicht rein hier. Raus gehen die wahrscheinlich dann nicht. Dann erst recht nicht. Ja, bist du eher der Typ, der, der sich die Dinger klassisch irgendwo am Fenster stellt oder zum Beispiel? Am Fenster, ich habe jetzt, also bis auf die beiden im Raum, ja, aber ich habe auch schon merkt, eigentlich viele stellen die ja so in die Ecken von den Zimmern. Habe ich aber gar nicht. Weiß auch nicht, warum. Was ich mal im Frühjahr wollte, bis mir dann erklärt wurde, das bringt auch ziemlich viel Ungeziefer mit sich. Ich wollte unbedingt halt so eine Kletterpflanze, die an die Wände geht. Efeu. Ja, irgendwas, was halt einfach die Tapete so, wo sie heißt, das macht die Tapete kaputt. Ja, aber siehst du ja nicht, dann ist ja die Efeu dran. Ja, aber da ist dann alles Mögliche auch drin. Da dachte ich, aber das muss doch voll geil sein, wenn du so eine lebende Wand hast. Ja, Efeu habe ich auch mal überlegt. Also gerade, was ja so ein Trend ist, sind so Moosbilder. Ja, irgendwie, ich meine, es gibt ja auch diese, keine Ahnung, diese modernen ökologischen Bauvarianten, wo du draußen irgendwie an der Hauswand halt total viel Pflanzen hast. Also jetzt nicht einfach klassisch von unten klettert was hoch, sondern schon so gesetzt, dass das halt irgendwie, das hat bestimmt dann auch irgendwie Gründe, dass du da, weiß nicht, besondere Vogelarten dann hast oder hast besonderen Duft immer. Ja, wilder Wein ist ja auch ganz gut, wenn du auch so rote Blätter hast. Das hatten wir ja zum Beispiel früher vorm Haus, das fand ich total geil. Also die Eingangstür, alles, das war komplett eingekrabbelt. Du bist dann immer in so eine kleine Höhle reingekrabbelt. Ja, sehe ich auch so, ich finde es auch ganz geil. Scheiße aufs Ungeziefer, wir holen uns das. Ja, das Geile ist, wir hatten dann Bienen drinne und dann im Sommer hat die ganze Wand dann immer so gesucht. Du hast halt keine oder wenig Bienen gesehen, aber die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn du eine neue Nachricht hast. Ja, genau. Ja, gut. Wir haben auch schon wieder eine ganz schöne Länge. Vielleicht noch einige abschließende Pflanzentipps. Also ich lese immer nur und mache so wenig. Also ich sollte echt mal irgendwie Granulatscheiße machen. Ich bin total froh, wenn es halt irgendwas total einfach geht. Also Benjamin war ich so froh, dass er nichts machen muss und der Bumms da in die Höhe. Das ist echt der Knaller. Aber es ist nicht wirklich ein Tipp. Was ist so dein Tipp? Ja, guckt euch die Videos von Detlef Römisch an. Detlef Römisch. Detlef Römisch, wie Detlef Römisch sagt. Viel Spaß mit den Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Heißt der Kanal auch einfach nur Detlef Römisch oder heißt das von wegen Pflanzenliebe mit Deter oder so? Das heißt, er hat irgendwie so die wunderbare Welt der Pflanzen, aber Detlef Römisch heißt sein Kanal. Okay. Und gibt es da so Highlight-Videos, du sagst, das ist der Knaller, Pflanzen auf halb acht, ich und meine Palme oder so? Er guckt immer so an, wie er irgendwas zu einem Bonsai macht. Der hat so eine süße Begeisterung. Das ist schon putzig. Ja, du scheinst, dass du so ein leichter... Oh, kann man hier. Aber guck mal, er sagt schon, ich hätte ganz schön ausgewählt die Boots und hier, wie der verzweigt, ganz toll hier. Punicum Granata Nana. Okay. In diesem Sinne, Prost. Ja, dann, wir sind für Nüsse auf euren Podcast-Apps. Ja, für Nüsse mit Dirk und... Nein, Quatsch, für Nüsse at gmail.com, falls ihr eine Frage habt wie jede Woche. Für Nüsse mit Dirk und Punkt Klaus. Genau. Auf YouTube. Ja, genau, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Das ist jetzt sehr schade, jetzt bin ich schon wieder traurig, jetzt hat er mir wieder einen YouTube-Kanal genommen. At für Nüsse Paul auf Twitter. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Tim. Ja, gut, dann behaltet euren grünen Daumen. Ganz kurz nur, wo muss ich denn wählen? Hast du es jetzt rausgefunden? Achso, nee, mein Umschlag liegt hier noch irgendwo verschlossen. Du hattest dann noch geöffnet. Gucken wir gleich. Gucken wir gleich. Geht wählen. Ach nee, ihr wart schon wählen. Ihr wart. Wart wählen. Genau. Bis dann.